Heute möchte ich euch mal ein paar Impressionen von meinen Zuchthühnchen zeigen. Es handelt sich hier um die Rasse der Mechelnder Hühner im Gesperrbart. Und da heute ein schöner Tag ist, wie ihr gedacht, stelle ich mal die Kamera auf und zeige euch mal einfach so ein paar Impressionen von meinen Hühnchen. Im Hintergrund sehen sie noch in dem Gitter eine kleine Glocke, das ist ein Cerama Hühnchen, das kleinste Huhn der Welt mit zwei Küken. Die habe ich auch ein paar Stunden nach draußen gelassen, damit sie ein bisschen Grünes picken können und ein bisschen Sonne abgekommen. Viel Spaß beim Zuschauen! Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020